Yukon Wu ist mein Name. Ich arbeite hier für das Fachgebiet Raumfahrttechnik an der TU Berlin. Ich bin hier als Systemingenieur für das Projekt Saisat tätig und zu Weihnachten ist es traditionell, dass wir nach dem Stern greifen und wir haben hier ein ganzes Besonderes für euch und zwar sogenanntes Remove-Before-Flight-Pin. Diesen Pin wird am Satelliten als letztes gezogen, damit wird das Satellit aktiviert und alle Systeme in Bereitschaft gestellt und diesen Pin war mit uns auch am Startplatz und zwar auf dem Redhaumbahnhof hier in Pläsetz in Russland, wo ein Satelliten gestartet wurde und der Satellit ist jetzt seit knapp drei Monaten im Orbit. Nehmen Sie an der Verlosung teil und gewinnen Sie diese besonderen Unikat. Viel Glück, viel Erfolg, bald landest bei Ihnen dann unter dem Weihnachtsbaum.